20 Jahre Maischberger. Mitten aus Berlin für Sie, zu Hause. Herzlich willkommen zu meiner ersten Sendung im Ersten. 766 Sendungen, mehr als 1000 Gäste. Aufrechtergang ist wichtig. Die Lage ist ernst. Man kann den Überblick nicht haben als Außenseiter. Wir sind nicht verantwortlich für andere Länder, sondern für uns. Was sich verändert hat, ist die Lage der Welt. Leben besteht Gott sei Dank nicht nur aus Staat. Das ist Politik und das muss, glaube ich, auch dabei sein. Danke meinen Gästen hier im Studio. Danke fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Einen Abend noch. Tschüss.